Endlich habe ich mein Yare no Hanzo Katana geliefert bekommen. Ich habe es gerade von der Post abgeholt. Und wir starten jetzt mit unserem Unboxing. Als erstes brauchen wir die Box. Als zweites brauchen wir mich. Und dann kann es auch schon losgehen. Konnichiwa Kenjutsuka. Wir starten jetzt mit dem Unboxing. Heute in der Aesma Special Edition. Der Karton vom Katana fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. Und auch die Plastikfolie fühlt sich sehr glatt auf meiner Haut an. Nein, war nun Spaß. Ich halte meinen Mund und ihr könnt in Ruhe das Unboxing verfolgen. Viel Spaß dabei. Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich. Das war die Berlins. Ich recurse Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sayonara Kenjutsuka! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020